Zwei Tage bis Weihnachten und ihr habt noch kein Gericht, dann würde ich sagen, haben wir hier genau was Richtiges für euch, weil wir machen heute Ente im Dutch Oven mit Blaukraut. Ein One Pot Gericht und ihr habt was richtig Geiles. Und wir rohren ein paar Zutaten, das wären hier ein Kilo Rotkohl, also keinen aus der Dose, wir machen den heute selber. Dann haben wir vier Äpfel, zwei Orangen, zwei rote Zwiebeln, zwei weiße Zwiebeln, ein bisschen Rotwein, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren braucht man natürlich, Zucker. Dann Maronen, Maronen gibt es, ihr könnt sie selber machen im Backofen, aber die gibt es halt schon vorgekocht, ist natürlich viel einfacher. Dann haben wir an Gewürze Salz, Majoran, gemahlene Nelken, nehmt lieber ganze, ich habe keine mehr im Haus, darum nehme ich gemahlene, weil da die Dosierung ein bisschen schwieriger ist, wie einfach die ganzen. Schwarzer Pfeffer und ein Hähnchengewürz. Jeder fragt sich jetzt, ey, ihr macht Ente, da müsst ihr einfach ein richtig schönes weihnachtliches Gewürz machen. Ich hasse es, ich hasse es einfach, jedes Mal, wenn die irgendwo eine Ente bekommen, da schmeckt alles nur nach Zimt, Orangen und Tralala. Ja, und deswegen will ich die Haut von der Ente, dass sie nicht danach schmeckt, weil das Blaugraut und das allem Drum und Dran wird weihnachtlich abgestimmt. Aber was darf noch nicht fehlen? Genau, wir haben hier in 9er Dutch Oven den Mindtop von Barbecue Toro, hier unten wieder verlinkt, wer noch nicht hat oder eine andere Größe braucht, Infobox aufklappen, da könnt ihr bestellen und eine Ente. Wir haben hier 2,3, 2,5 Kilo hat die Ente, das reicht locker für 4, 5, 6 Personen, je nachdem, wie viel ihr immer esst. Und wir fangen jetzt als allererstes an, das Rotkraut schon mal vorbereiten, weil das kommt unten in Dutch Oven rein, bevor wir die Ente machen. Das machen wir jetzt. In der Dutch Oven lassen wir jetzt hier noch so stehen und fangen jetzt an mit unserem Rotkraut, Blaugraut, können wir es auch, also Rotkohl nennt man es. Hier, die alten Blätter, die machen wir auf jeden Fall mal weg, bis es so richtig schön glänzig wird. Also die ganzen ranzigen, also alles, wir machen alles weg, was ihr sagt, das wollt ihr nicht. So lange macht ihr die Blätter einfach weg. Das sieht jetzt so aus, der glänzt jetzt richtig schön. Hier hat er noch ein bisschen, es ist halt vom Transportieren ein Schlag, absolut in Ordnung, das können wir so lassen. Den Strunk schneiden wir natürlich raus und jetzt fangen wir an, den Streifen zu schneiden. Also wir nehmen jetzt einfach den Rotkohl, so und schneiden einfach in der Mitte durch. So, den Strunk können wir jetzt rausschneiden oder wir lassen ihn eben noch drin. Und jetzt schneidet er dann einfach in schöne Streifen. In solche Streifen, wie ihr das einfach wollt. Und schaut euch das an, das sind richtig schöne Stücke. Also ihr könnt es jetzt nur in der Mitte durchschneiden, wenn ihr das einfach wollt. Wenn das euch zu groß ist, dann macht ihr das einfach daneben und nur so durchschneiden. Vollkommen in Ordnung, sind sie kleiner. Dann nehmen wir mal den Deckel schon mal runter. Warum? Kein Platz mehr. Das kommt jetzt alles gleich in den Tatsch oben rein. Verteilen wir einfach schön rein. So, die Finger sind schon mal schön blau. So muss das sein. Hier haben wir den restlichen Rotkohl noch geschnitten. Hier haben wir den Datsch oben. Schaut euch das an. Ich packe das jetzt einfach so rein. Holt euch dann mal näher her. Dann nehmen wir unsere Äpfel. Ja, hier her. Den Datsch oben kurz auf den Boden stellen. Unsere Äpfel entkernen die. Also einfach der Kern unten raus. Und schneiden die einfach in so kleine Stücke. So kann man die später einfach wieder raus tun. Und das machen wir mit drei Stück. Jetzt kommt die Orange dran. Die schälen wir nicht. Manche machen nur die Schale rein. Ich finde, wir können die ganze rein tun. Die schneiden wir einfach durch. Zack. Zack. Und machen sie. Lassen sie auch so. Geviertelt. Und dann packen wir sie in den Datsch oben rein. Das heißt, Datsch oben hoch. Jetzt haben wir hier in den Datsch oben. Jetzt kommen unsere Äpfel noch rein. Das sieht jetzt alles viel aus. Aber wir brauchen das einfach für den Geschmack. Und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob der neue Datsch oben reicht. Muss ich leider dazu geben. Aber jetzt schauen wir mal. Packen wir die Orangen mit rein. Und mengen das Ganze jetzt einfach mal durch. Dass überall was dran ist. Aber jetzt fangen wir eben an zum Wurzen auch gleich. Das heißt, wir nehmen unseren Pfeffer. Immer die Menge, was ihr wollt. Also nicht so viel. Nicht zu wenig. Ein bisschen Nelken. Und da müsst ihr jetzt wirklich aufpassen mit den Nelken. Weil die halt einfach extremer Geschmack haben. Dann nehmen wir nur ein bisschen. Nachwurzeln kann man später immer noch. Dann kommen ein paar Wacholderbeeren rein. Manche machen die jetzt einfach so ein Netz rein. Aber wir machen die immer so rein. Dann nehmt ihr jetzt einfach mal 5, 6 Stück. Das reicht. Soll ja nur einen dezenten Geschmack abgeben. Und jetzt eine Lorbeerblätter. Dann nehmen wir jetzt mal 4, 5. Das reicht. Und jetzt mengen wir das Ganze nochmal durch. Den stellen wir jetzt so, wie er ist, komplett auf die Seite. Und jetzt brauchen wir nämlich wieder unser Brett. Und da wurden jetzt unsere Zwiebeln geschnitten. Unsere Maronen gleich geschnitten. Und dafür kommt jetzt auch die Schüsse zum Einsatz. Da kommt nämlich alles rein. Das heißt, wir machen unsere Zwiebeln einfach klein. Ich habe jetzt hier die Zwiebeln geschnitten. Die Äpfel in kleine Würfel. Und diesmal nur die Schale genommen. Nicht mega kleine Stücke, weil die kommen später wieder raus. Sind wir uns ehrlich, Orangenschalen will keiner essen. Dann nehmen wir hier unsere Schüssel. Und da kommt jetzt erstmal alles rein. Also unsere Schalen. Da könnt ihr alles einfach durcheinander reinwerfen. Das spielt keine Rolle. Weil das wird die Füllung der Ente. Jetzt kommen unsere Maronen zum Einsatz. Die machen wir einfach auf. Schneiden sie auf. Die sind so schön verpackt, vakuumiert. Und die können... Uah, da haut schon mal eine ab. Die könnt ihr, wie ihr wollt, jetzt ganz oder einmal durchschneiden, reinpacken. Also ich schneide sie einfach mal ein bisschen so durch. So grob hacken. Das reicht mir eigentlich immer. Und jetzt kommt das auch in die Schüssel dazu. Weil alles vermengt. Und das kommt jetzt alles in diese Ente rein. Also so weit es rein geht, so weit füllen wir das. Dann nehmen wir einfach eine gute Hand voll. Und ab in die Ente. Hier haben wir einen Zahnstocher. Und hier können wir sie schön verschließen. Ich mache mal einen Zahnstocher hier rüber. Dann mache ich unten einen Zahnstocher. Und dann noch einen da unten rein. Und das war es schon. Und bitte merkt euch, wie viele Zahnstocher ihr reinpackt habt. Es ist mir schon passiert, dass ein Zahnstocher abgehaut ist und keiner weiß es mehr. Ihr müsstet das nicht komplett verschließen, weil das kommt nicht auf die Roti oder sonst irgendwo hin. Sondern ein Dodge Oven rein. Das bewegt sie einfach nicht mehr. Von daher alles ganz cool. Jetzt holen wir uns ein Dodge Oven mal wieder hoch. Und jetzt versuchen wir die Ente da rein zu kriegen. Wird natürlich richtig tricky. Und wahrscheinlich unmöglich. Ich würde sagen, passt. Schauen wir mal. Deckel drauf. Ihr müsst es natürlich jetzt rechnen. Der Rotkohl, der kocht jetzt nach Nutzung zusammen und geht nach unten weg. Jetzt haben wir unser Ente so drin. Und jetzt müssen wir aber noch eins tun. Das heißt nämlich würzen. Und dann nehmen wir einfach unser Just Spice und würzen unser Ente. Die wird natürlich jetzt zwei Stunden im Dodge Oven richtig Geschmack abkriegen. Dann holen wir sie mal kurz wieder raus mit dem Flügel. Und warum mache ich es hier drin? Ja, sonst hätte ich die ganze Sauerei mit dem Gewürz überall. Und so bleibt das Gewürz im Dodge Oven drin und würzt alles noch ein bisschen mit. Jetzt haben wir ihn gewürzt. Was fehlt jetzt noch? Genau, unseren Rotwein. Da kommt jetzt circa einen halben Liter Rotwein rein. Einfach an der Seite eingießen. Ja, da passt schon noch. Als Krönung noch ein bisschen Zucker rein als Gewürz. Ein bisschen außenrum. So, und jetzt kommt der Deckel drauf und Kohlen drauf. Packen wir jetzt da drauf. Und jetzt passt bitte auf. Packt jetzt nicht die ganzen Kohlen oben drauf. Also ich packe jetzt erstmal zwei drauf. Hat den Grund, weil der Rotkohl erstmal verkochen muss, dass die Ente nach unten geht. Wenn wir jetzt da oben vollballern würden mit Kohlen, wäre es uns innerhalb von einer halben Stunde schwarz. Und das Ding wäre für ein Pipistrum. Einfach zwei Kohlen drauf und die anderen lassen wir einfach nach unten. Die könnt ihr uns vielleicht näher hinschieben, da gibt es ein bisschen mehr Hitze. Aber wirklich aufpassen, weil der Datsch oben einfach so randvoll ist. So, das Ganze lasse ich jetzt mal eine halbe Stunde, falls ich hin will. Der ist jetzt kalt, der ist jetzt nicht vorgeheizt. Hier haben wir, wir haben jetzt eine Außentemperatur von, glaube ich, minus zwei Grad. Das ist wirklich wieder kalt. Und da lassen wir den jetzt einfach mal aufheizen. Und nach einer halben Stunde gucke ich mal rein. Wirklich aufpassen. Weil, wie ihr seht, wow, das heißt, steht das alles ziemlich an. Und ich will jetzt das Rotkohl erstmal verkochen und dann wird das passen. Okay, wir haben jetzt zwei Stunden rum. Ihr merkt schon, da waren vorher noch mehr Kohlen drauf. Jetzt sind es leider bloß noch vier. Hier habe ich noch einen Thermometer. Sieht man das eigentlich? Jo, sieht man. Und einen Handschuh. Da mache ich jetzt mal den Deckel weg. Und dann gucken wir gemeinsam rein. Megacool sieht es schon mal aus. Es blubbert noch schön vor sich hin. Der Duft steigt richtig so weihnachtlich hoch. Und jetzt gucken wir mal, wir stechen jetzt rein. Wir wollen eine Temperatur von 80 bis 90 Grad. Aber wo gehen wir dann da rein? Sieht man es? Wir haben jetzt 73 Grad. Also, wir peilen jetzt eine Temperatur, sagen wir, von 80 Grad an. Und wollen jetzt aber diese Haut da oben noch knusprig kriegen. Also, das heißt, Deckel drauf. Und jetzt packen wir die kompletten Kohlen, was noch unten drin sind, oben drauf. Um, dass wir noch eine richtig schöne Kruste hinkriegen. So, eine Viertelstunde ist jetzt rum. Und jetzt machen wir mal den Touch oben auf. Und guckt euch das an. Richtig cool. Die ist ein bisschen nachgedunkelt. Also, es ist besser geworden von der Hitze. Aber ich glaube komplett knusprig ist. Leider, die Kohlen zu wenig Hitze abgegeben. Hätte ich noch welche machen müssen. Aber es ist halt einfach so. Jetzt gucken wir aber mal, wie das Ding schmeckt. Und machen wir mal einen Anschnitt. Da holen wir das Touch oben an den Tisch. Bauen das Licht um. Und los geht's. Und hier ist das schöne Stück. Ah, der war gerade heiß. Der Touch oben so kurz mal verschieben. Ja, knusprig ist leider nichts. Also, das kann man nicht als knusprig durchgehen lassen. Aber gut. Naja. So ist es einfach. Ich würde sagen, wir schneiden ein Stück ab. Ja, was schneiden wir denn? Was schneiden wir denn? Ja. Also, safti. Ha, 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 heiß. Saftig ist es schon mal. Und durch auf jeden Fall auch. Und da bin ich für euch. Die Ente am Boden. Die Enten hier unten. Und das Licht ganz dimmerig. Ja, es ist dunkel geworden. Haben eine Jacke noch anzogen, weil es so kalt ist. Und hier ein Stück Ente. Die Haut leider nicht knusprig. Ich hätte da mehr Kohlen machen müssen. Und die dann später drauf tun. Ja. Nächstes Mal würde ich es machen. Weil es ist einfach der Genuss. Und für Genuss sollte man das was tun. Aber ich würde jetzt sagen, ich probiere es jetzt einfach mal. Geschmacklich. Sehr geil. Ich liebe einfach so. Eine Ente hat so einen Entengeschmack. Kann man so sagen. Also schmeckt ja nicht wie Hühnchen. Und ich finde es ganz gut, dass die Haut nicht nach Orange und Co. schmeckt. Ich mag das einfach nicht, wenn alles so extrem schmeckt. Und jetzt haben wir eben nur das Blaukrott da unten. Ich würde sagen, dann nehme ich jetzt noch ein Stück raus. Bei dem habe ich schon eher ein bisschen Bauchweh. Weil, ob da jetzt nicht das ganze Fett von der Ente, das habe ich mir am Schluss einfach gedacht, wo ich alles rein habe. Das Fett von der Ente tropft jetzt halt alles runter. Da wäre es besser, wenn man hätte so einen Schem, also so einen Teil unten reingemacht, dass das Fett unten sich aufsammelt. Aber jetzt gucken wir mal. Die Ente war jetzt nicht so mega fettig. Aber es gibt halt viele Enten, die sind fettig. Ich würde sagen, ich probiere es einfach mal Blaugrott. Ich habe es jetzt ein bisschen durchgehört. Natürlich ist es ein bisschen fettig, das merkt man. Aber das schmeckt geil. Das schmeckt richtig, richtig geil. Das schmeckt jetzt anders. Ich habe jetzt ein bisschen viel zu viel Fett. Ich habe ein bisschen zu viel Pfeffer rein gebracht. Das ist natürlich ein bisschen schärfer. Aber sonst macht es keinen Abbruch. Mega cool. Mega geil. Also muss ich echt sagen, ich bin jetzt überrascht davon. Ich dachte jetzt auch, Gott, das Fett. Aber geil. Ich würde sagen, ihr probiert es einfach mal aus. Wenn ihr nichts für Weihnachten habt. Wenn ihr natürlich kein Fett mögt, dann macht es bitte extra. Habt ihr zwei Dutch Öfen, ist natürlich leichter. Könnt ihr es in zwei machen. Oder ihr macht die Ente einfach so ein bisschen Blaugrott. Ich finde, das hat so ein bisschen so einfach so einen Geschmack noch hinten raus mit dem Blaugrott, wenn ihr drauflegt und macht euch ein Blaugrott aus dem Glas oder so. Machen ja viele. Geiles Weihnachtsessen. Absolut. Ich würde jetzt sagen, wir sind an dieser Stelle raus. Ihr probiert es aus. Macht es so nach. Und wir sehen uns am 24. nochmal. Genau, da kommt nochmal ein Rezept. Aber ein Weihnachtsrezept wäre ein bisschen schlecht, weil da sind wir leider zu spät dann dran. Da braucht ihr nicht mehr einkaufen gehen. Bleibt gesund und beschenkt eure Lieben. In diesem Sinne wollen wir sagen, Peace and Ciao.